Danke! Hey! Hm? Hey, brauchst du was? Was? Ach nö, danke, ich glaub nicht. Nee? Obwohl, was hast du denn so im Angebot? Nur vom Feinsten. Hier, Senil Megapunks. Damit kannst du deine Unterwäsche bei 40 Grad kochen. Ich hab nur Buntwäsche, sorry. Warum? Kein Thema! Warte, hier. Oh no, mit ABCD-System. Du hast vielleicht die Totale, Alter. Ich weiß nicht. Ey, das Zeug ist total frisch. Hier aus dem Geheimlabor aus der kasachischen Steppe. Ja, aber... So bunt hast du deine Wäsche noch nie gesehen. Alle Farben, blau, grün, gelb, pink. Den ganzen beschissenen Regenbogen. Mit einem Anfänger würde ich das gar nicht verkaufen. Hört sich aber sehr gefährlich an. Ey, ey. Seh ich so aus wie einer, der die Wäsche von seinen Kunden versaut? Seh ich so aus, Mann? Nee, oder? Nee, bitte, ich brauch was. Was? Hast du Kohle? Oh nein. Komm bitte, ich geb's dir nächsten Monat. Am ersten, versprochen. Ach komm, verpiss dich. Hier kommt nur ein Becher, sonst pack ich's nicht. Guck mal, die Fußballtrikot von den Zwillingen. Na und? Oh, ich brauch doch nur ganz wenig wenig wenigstens für saubere BHs. Ach, ist schon schlimm, wenn's sobald mit einem kommt, oder? Komm, ey. Ah, die ist so am Ende, die wird sogar Phosphatpreis nehmen. Also, was ist jetzt? Na okay, ich nehm was von dem Ronu. Ha, brauchst dich doch. Und? Ach so, ja, richtig. Moment. Hier. Okay. Ist geil, oder? Ich glaub, da nehm ich noch mehr. Ah, ist mehr. Okay. Wäschedezernat, Freundchen. Was? Was ist los? Was läuft ab? Ganz cool, ja? Ist alles ganz harmlos hier. Ist alles ganz harmlos, ja? Ist alles ganz harmlos, du Schwein! Du, das Zeug ist mit Bleichmitteln gestreckt! Ah! Ich kenne Ausfragen, die wegen Typen wie dir in der Gummizelle sitzen. Und das nur, weil ihre Kochwäsche so weiß ist wie der Arsch von nem Eisbär. So, jetzt spuck's aus! Wer ist deiner Auftraggeber? Ich weiß es nicht, hab ihn nie gesehen. Ah! Los! Spuck's aus! Die Russen oder die Heimander? Es ist... der weiße Riese!